Oh, da ist ja was. Ja, hallo und willkommen zurück. Ich will mal gleich das Geschütz probieren. Weißt du das? Ja. Oh ja, es geht. Du bist aber relativ langsam. Ja. Es streut auch ziemlich, aber es schießt. Es schießt genauso schlecht wie mir. Dann passt es doch. Nehmen. Wasserdichte Schuhe. Wurscht. Es ist der Schnee. Stimmt. Es gibt ja keine Verstärkung angefordert. Oh Gott. Das ist schon kaputt. Du hast dich geschützt, das ist kaputt. Ja. Das hält mir zu lang. Das hat man auch wieder mal kurz was ausprobieren. Ja, machen wir. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Ah ja. Ich hatte mal ein bisschen vorgestellt. Das stimmt. Nein. Das bringt jetzt nicht so viel, ey. Das bringt jetzt nicht so viel. Nö, irgendwie nicht. Und was ist das? Ein Tech-Ding oder? Wie eine Erdeckung. Das ist eine Kräfte näher an sich. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Na, hinter dem Bus ist es schon kacke. Aber es schießt ziemlich weit. Das geschützt. Ja, vielleicht doch mal den Flammenwerfer mit reinnehmen. Hutzl, Hutzl. Ja. Gute Arbeit. Die JTF ist schon unterwegs, um diese Waffen ins Safehouse zu bringen. Na, was machen wir gleich mal? So, das ist voll. Dann gibt es da irgendwas. Ah, doch. Schachtei. Ach so. Andrew. Super. Nein. Scheiße. Hier ist eine Mission. Unser Netzwerk hat akute Kommunikationsschwierigkeiten. Mein Schütz weg, ja. Kann ich es nehmen. Hm, eine wattierte Weste. Eine Wurst. Ja, eine Weste mit Watte. Ach so. Kann ich das wieder aufnehmen, das Ding? Ja, es verschwindet doch dann, oder? Und kriegst ein neues. Nein, meiner kann ich durchgehen. Ach so. Geh her. Vielleicht ist es schon kaputt. Ein bisschen dagegen gehen und dann kann ich durch. Ein bisschen ist für scheiße. Das stimmt. So werden, so flüssig werden die Kugeln auch durchgehen, oder? Ja. Ich habe jetzt mal das Flammenwerfer teilgenommen. Ja. Nächste Mission. Ah, wir müssen dann mal schauen, diese Dark Zone, weil vorher gibt es Missionen. Aber Dark Zone ist ja erst Endgame. Also, fürs Endgame geht auch als Erweiterung. Ach so. Wenn es toll ist, du hast. Hm. Aber das ist der Player vs. Player und da wird wahrscheinlich keiner Cheats verwenden. Nein. Wo das Spiel ja kostenlos war. Nein, natürlich nicht. Kommst du nur da drauf? Ja, ich bin... Ich weiß jetzt einfach. Einfach so mal geraten, ne? Ja, habe ich mir verdogen. Hm. Du musst dich ja aufs wirkliches Opa. Und dann jetzt was Sachen behaupten. Ja, hast recht. Hä? Was? Kiste. Ach, da gibt es was. Und? Äh, keine Ahnung. Ja, genau. Voll. Hier ist ein Handy. Und seit gestern gibt es drei neue Leichen. Ja, das will doch keiner. Ah, die Vertragung unterbrechen. Schnell, 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 schnell. Ja. Ich glaube, ich nehme es auch früh. Hier gibt es gestern. Sagst du mir nur einen Schacht da, jo? Drin. Kampfeste. Bei mir. Äh, wo ist da was bei dir? Da. Äh, das sehe ich nicht. Das ist auch gut. Ja, aber ich... Die wird nur dann gezeigt. Achtung. Jetzt wird es angezeigt. Aha. 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 Eine Herr. Zum für alles, oder wie? Nee, es wird nicht angezeigt. Ja, ja. Ach du, Schacht. Die habe ich schon. Das ist all der Stoff. Habe ich schon. Stoff, das ist doch ein schlechter Witz. Ich muss ein bisschen mit dem ganzen Schacht. Oh, konnte ich mal nicht aufmachen. Wow, blauer und ein grüner Stoff. Da wieder ein Schal. Mein Gott. Das ist ja gerade okay, dass wir jetzt das Hosentür zu machen. Ich habe mir den Schal um den Hals geworfen. Mit dem Reißverschluss. Ja, das ist der Reißverschlussschal. Ah, okay. Leicht anzubringen. Mhm. Und bombenfest. Boah, das ist schon wieder. Ich werde wieder loslabern, das Ding, oder? Kann es ja nicht nehmen, jetzt kann ich es. Ah, Kühlschrank plündern. Ah, die wir schnell wieder zumachen. Voll. Ah, wo warst du da irgendwo im Schlafzimmer, oder was? Hm? Das schaut ja aus, hier. Oh, hier, Weihnachtsbaum. Ah, im Schlafzimmer. Na, da ist ein Rollstuhl. Das heißt, wenn es zum ersten Stuhl umwohnst, ist es da am Rollstuhl. Ja, du kannst in der Wohnung rumfahren. Ja, aber jetzt einmal raufgehen, man muss erst einmal die Treppen hochgehen. Stimmt. Wir müssen eh irgendwo durchs Fenster raus. Ah, habe ich jetzt nicht rauf, weißt du echt? Irgendwo, ja. Hier. Ach, wie war ich schon da? Zugang zum Dach finden. Ach, ey, der Strom. Warum liegt hier Strom rum? Strom rum. Oh. Haben wir nur bestimmte Zeiten, müssen wir jetzt nicht irgendwie rauf. Wir müssen auf die andere Seite kommen, ne. Haben nur vier Minuten, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier runter müssen. Ich auch nicht. Schau so aus. Ja, aber hier kommt man nirgends wohin. Nö? Ne. Oder hier hinten. Ne, da kam er ja her. Ich glaube, du konntest wieder zurück. Oh, ich bin schon herunter. Bisschen. Auf jeden Fall ist es hier oben auf dem Dach. So, mir zeigt es sowas auch. Auf meinem integrierten Navi im Kopf. Im Kopf, ja. Mach mal. Damit zeigt es hier auch was an, aber... Ach so. So, äh, ja, super. Fütten wir dort. Ja, wow. Sinnlos. Steht da irgendwie rum. Ganz blöd. In dem Haus, wo wir waren, geht's nicht rauf. Muss irgendwo von einem anderen Dach rüber gehen. Weil da ist so ein Übergang. Ja, aber ich komme ja nicht einmal in das rote Haus irgendwie ein. Ich sehe schon, komm, das müssen wir nochmal machen. Ja. Gibt's halt auch noch keinen Plan, wo ich da hin muss. Rauf. Okay. Äh, ich hab's. Da, wo wir uns abgeseilt haben, geht's rauf. Ach, doof. Jo. Aber vielleicht schaffe ich's noch. Auf diese große Kiste raus, das ist. Oh, jo. So. Geht nur weiter. Oh, Gegner. Komm mal schauen. Ja, denn der ist ein Licht an. Ja, was man im Dunkeln auch erkennt. Äh, jetzt kommen wir da rein. Ah, hier. Er hat da rote Boxen da. Ja, deswegen sind sie auch noch rot, ne? Damit's noch einfacher ist. Du, ich hab' den Knopf geklappt. Du hast jetzt nur 8 Sekunden gestanden. Ne, 50. Ja, ich bin ne. Ja, du. Ja. Wenn ja schon. Oh, schnell, schnell. Oh, gerade so. Bippie. Ja, was haben wir hier noch? Ein Mr. Agent gibt's hier noch. Was? Ein Mr. Agent wieder. Irgendwo... ...unter uns? Oder so? Sind wir so schnell herunterkommen jetzt? Da haben's, äh, gibt's wo? Ach, da ist er jetzt. Jetzt sagst du, durch den Bohnen und durch den Körper, durch das Ding, das unter mir ein Loot wäre. Der ist außerhalb von der Straße. Und jetzt zeigt's mir doch was anderes. Vielleicht dieser Agent. Ah, scheiße. Oha. Ja. Da müssen wir da ein Seil runter. Ich bin einfach runtergekupft. Tut doch weh. Das stimmt, aber nur ganz kurz. Das ist so wie der Toast. Jetzt wird auch noch ganz kurz weh. Ja. Geht's wieder los, die Schnitzeljagd. Guck mal hier, die ganzen Fahrräder. Alle in einer Reihe. Sind sogar so zum Abschließen. Ja. Da war ein wenig unglaubwürdig. Schauen alle gleich aus. Alles ist zerstört, aber die Fahrräder stehen da noch. Ja, und die, äh, die, die, die Zahlstation drin ist. Ja. Die ist natürlich nicht leergeräumt. So, man soll da bloß mit die C-Karten. Ach so. Neunst. Gegenfelsen fällst du von rechts. Rechts. Mensch, du hast einen Gegner. Ja, stimmt. Was ist denn mit mir? Nein, die Gegner hat da. Hier, Geschütz. Mal gucken, was das Flammending bringt. Ja, es flammt halt. Und jetzt? Durchtatsche ist leer. Naja, es geht. Das Flammendingst, dachte ich, das ist leer. Ja, so besiegst du nicht. Ach so, doch. Das muss ich auch die ganze Zeit nur mal machen. Lauf da einfach hinterher. Du kannst doch den Rest einfach nehmen, oder? Das letzte Ding. Hier vorne ist schon. Das war's schon. Ah, hier ist gleich Nebeneinsatz. Oh, du? Bis. Doch nicht. Betreten eines sicheren Bereichs. Bö? Irgendwieso leer? Wieso ist hier... Cave House? Nicht-Agenten finden. Hä? Noch hier angezeigt, das Ding. Nebeneinsatz. Um Safe House gehen, ja, und dann. Hey, wie zu Conny, da kommen die Aufnehmer. Wann hast du schon genommen? Ne, wo ich nicht weiß. Ah, hier, abgeschlossen. Na, super. Du musst nur den Schrank aufmachen. Das war der Nebeneinsatz. Ja. Und jetzt sagt es gar nicht so. Der Karten auch nicht? Ne. Abgeschlossen, abgeschlossen, da ist noch einer. Bla, bla, bla. Kannst du jetzt Moni aufnehmen? Oh, hier gehen ganz schön zusammen. Ja, hauptschuld. Scheint hat die Waffe nicht, äh, 1000 Schuss wie alle anderen, sondern bloß 905. So. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Einer hat auch wenig, natürlich, engen Aufsatz, glaube ich. Hm. Ich habe mein Dings nicht mehr, ne? Mein, 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 mein Gestütz, äh, mein Geschoss. Hm. Ja, bin auf, bin auf, bin auf, dann auf. Oh, der war jetzt schnell weg. Oh. Achtung, Kanafe. Aber nur so eine verschwobene Sicht. Vom her. Da ist noch einer. Hinten. Komm, vielleicht doch irgendwas grünes auf. Bei mir. Was? Ach so, da oben. Da ist er. Bei dir, ja? Ja, hier vorne halt. Das ist schon sehr seltsam, dass wir die Kübeln beim verlieren, die nach dem schiersten Knopfschauen kommen. Das ist wie wenn die so langsam wären. Oh, echt, bei mir nicht. Du siehst halt so am Streifen und siehst ganz genau, dass du die nicht hochkennst. Ach so. Was ist die denn da gar nicht da? Oh, einer ist noch. Oh, mehr. Gut. Da ist noch einer. Oh, da haben wir da. Noch einer. Noch ein Leutnant. Ja, das ist der Endleutnant. Oh, einer noch. Da ist er gut. Hier ist noch Muni. Das ist der Endleutnant. Wo ist er denn? Hups. Uh. Wir sind. Ach so, fast tot. Jetzt haben sie es kaputt gemacht, die Säcke. Jetzt kommt er runter. Er ist bei dir. Weg! Der schießt gar nicht. Ja. Doch, auf dich. Auf dich hat er nicht so schnell verloren. Wir sind wirklich ein super Team, wir beide. Das ist so aufregend. Ich kann gar nicht verstehen, warum die Kritiken so schlecht waren. Das ist hier so aufregend. Ende der Durchsage. Na gut, mit dieser aufregenden, blammenden Mission gibt man sich. Das heißt für ein Volk. Nee, nicht das Lied. Bis zur nächsten Folge. Wiederschauen. Ringehauen. Wiederschauen. 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 Vielen Dank.